Hallo, ein neuer Trick für die Küche. Sicherlich habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie kriegt man diesen Strunk am besten aus dem Eisbergsalat raus. Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Man dreht den Eisbergsalat um, einmal dreiflich drauf klopfen und dann kann man den schon raus drehen. Und somit ist der Strunk raus, man kann die Blätter sehr schön abmachen.